Recyceln! Du bist der Nächste. Ich will sie einfach verschwinden. Es ist wie mit Plastikeimern, äh, Plastikbechern. Wenn man sie wegwirft, verschwinden sie auch einfach. So, jetzt will ich aber, ich müsste ein bisschen mehr noch recyceln, aber... Wenn ich jede einzelne recycle, dauert es wieder ewig, aber mache ich alle gleichzeitig, habe ich keine Verteidigung mehr. Hm. Okay, ich... ich schaue mal, wie ich das mache. Okay, ich recycle... Dich! 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 Rückkehr zum Recyceln. Recyceln. Eins. Na komm! Wir sind jetzt wieder alle blocken. Produktion abgeschlossen. Als nächstes baue ich zwei Tankkiller. Oh Gott. Oh, komm! Du sollst zum Recycling! Wo willst denn du hin? Wieso fährst du denn zur Fabrik wie der andere? Nein, du musst natürlich wieder da unten rum. Arschloch. Jetzt muss ich wieder die Suchmode nicht zugewiesen sind. Ach, es ist doch ein Krampf, es ist doch... Du bist da noch nicht zugewiesen. Habe ich alle? Ja. Oder? Ja. Ja. Drei... Drei... Stell ich lieber mal woanders hin. Das steht mir da so unsicher. Drei... Speichern. Dann schauen wir was die Ölquelle da oben macht. Bist du zugewiesen? Oh Gott. Was macht überhaupt meine Forschung so? Mal mit normaler Geschwindigkeit versuchen. Vielleicht wird's dann besser. Oh Gott. Heilige Scheiße, ein Gewusel ist das da drin. Ich hoffe, da fliegt mir jetzt keine Atombombe rein. Das wäre echt unangenehm, glaube ich. Ja, baut man hier so... Äh, technisch Energie... Energie, genau. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Fuck! Fahr da runter, Mensch. Das ist ja unmöglich. Okay, ich kann... ich kann noch mehr erforschen. Oh Gott. Ja, MK2, MK2, gib mir her. Hochexplosiv-Panzerbrechende Flugabwehrgeschütze. Nein, Kanonik. Geschütze, wie... Ja, K, G, wo ist der Unterschied? Haut wegen Meernei? Äh, wie viel hat's vorher gemacht? Keine Ahnung. Es ist Meerborn. Sag ich jetzt einfach mal. Och, sag mir bitte, dass der da runterläuft. Komm, lauf. Oh, herrlich. Na komm, radiert ne aus. Na also. Geht doch. Warte, ist denn so schwer? Nein. Aber das geht sein nicht. So, ihr eiert hier noch wegen dem Drum. Oh, Moment. Ich kann noch mehr erforschen. Och, pfff. Hobbits und Schöße habe ich was erforscht. Kein neues Video. Schade. Mir gefallen die Videos irgendwie. Ich mag sie. Ich mag sie. Ich mag auch gern viel erforschen und so. Ich lieb so was. Ich weiß. Deswegen mochte ihr auch Earth 2051 so sehr. Das ist ja glaube ich sogar vom Selt mitgekommen. Forschung abgeschlossen. Ok, ganz langsam. Produktion abgeschlossen. Ok, dich weise ich jetzt dem guten Kommand dazu. Und ihr baut da jetzt mal ganz doll viel Flak. Flak, 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 Flak. Flak, Flak. So ein Video? Neun. Was habe ich überhaupt erforscht? Keine Ahnung. Ok, dich sthelte ich zum Recycling. Diese schicke ich auch zum Recycling. Diese schicke ich auch zum Recycling. Die schicke ich auch zum Recycling. Ich schicke ich auch zum Recycling. Was für teure? Ich muss noch vier von den Dinger bauen? Konstruktion abgeschlossen. Was weiß ich? Feindliche Basis entdecken. Ja, dem üblichen Gedöns halt. Was man jetzt so macht, ne? Wenn gerade die alte Basis mit einer Atombombe ausradiert wurde und... Ah, wisst ihr alle, habt ihr alle schon gemacht, ne? Wie oft wurde euer Haus schon mit Atombomben ausradiert und ihr habt dann mal schnell so Gegenangriff gestattet? Passiert jedem mal, das ist ganz normal. Hm, naja, vielleicht ist dann da oben doch nicht unbedingt eine gute Idee, die Basis einzurichten. Was ist das da? Was ist das? Hä? Was? Ach so! Das ist da oben. Die bauen mal wieder unabhängig voneinander. Naja. Dauerts zwar länger, aber... Konstruktion abgeschlossen. Und dann baue ich da nochmal ordentlich Tankkiller rum. Oh Gott! Lalalala! Ah, viel Spaß beim dran vorbeikommen. Oh, da hinten noch was? Geht nimmer. Scheiße. Zu viele Aufträge scheinbar. Konstruktion abgeschlossen. Egal. Nur E-Fabrik. Vielleicht soll ich da oben noch eine bauen. Deines Gebäudes sind ja irgendwie da, ne? Ja, das sollte recht sicher sein erst mal. Was macht überhaupt meine Forschung? Läuft. Läuft! Ja, das läuft! Da kümmere ich mich persönlich drum, hm? Strom, nein. Ist einfach die Hölle. Konstruktion abgeschlossen. Äh, war das jetzt da was? Ja. Noch eine Einheit, die ich dem Commander hier zuweisen werde. Fehlen da noch genau zwei, ja. Oh, da darf ich aber noch einiges umrüsten, so wie ich das grad sehe. Fahr mal recyceln hier. Konstruktion abgeschlossen. Und... Du gehst auch noch recyceln? Forschung abgeschlossen. Mach mal hier ein wenig, ein wenig langsamer. Und dich recycle ich auch noch. Äh, das heißt ich muss noch zwei mehr bauen. Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie getäuscht hab, was ist das? MK3 nehm ich. Kein neues Video, immer noch nicht. Verdammt, ich will neues Video! Gib mir ein Video! Video! Video aufs Maul! Lalalala... 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 Es dauert glaube ich noch einen Moment, bis meine Einheiten wieder halbwegs einsatzbereit sind. Was ist das für ein komischer Geräusch? Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Ein Männlein steht still und leise. Nein, aber wie war das? Ein Männlein steht still und leise im Wald herum. Kommt ein Panzer gefahren und fährt es... Um! Fahr da halt weg! Weg! Boah! Ihr seid doch selten Dämel, ihr Vollloden! Bleiben sie stehen! Kein Wunder, dass sie stehen bleiben. Konstruktion abgeschlossen. Wie willst du da jemals... Ja, klar! Komm, Heck, Alter! Heck! Ich hab so genau gesehen. Heck! Produktion abgeschlossen. Trowie benötigt. Und die berühmten, die Hände fliegt. Schmerzt jetzt mal heraus... Bisschen aufräumen da oben, das geht so nicht. Ich kann so nicht arbeiten! Vw. schmerzt es nicht, bei denen deinem Lebensjahr kommt. Das geht jetzt einfach nicht. Schmerzt jetzt mal neu. Das war schon abgeschaut. Was hab ich jetzt überhaupt davor? Ja, hau Bitsengschosse. Was hauen die jetzt überhaupt raus? 700! 700! Hau ab! Ich baue sie trotzdem nicht. Na komm. Ja, fertig. Wo ist mein guter Commander? Da. Da. Jetzt. Das ist sowieso. Kann ich toll russisch, Alter. Kann ich zwei Worte sagen. Zwei Worte. Oh, fantastisch. Und noch ne Ökwelle. So, die ersten fahren gleich wieder heim. Naja. Machen wir erst mal bisschen was platt. Und die Energieressource. Wow, was war das? Warum fährst du nicht? Moment! Was? Hau, haben wir sie alle wieder umgestellt oder was? Ja. Komm mal, mach mal oben erst mal irgendwas. Was platt hier. So, dann haben wir das weniger Ruh. Äh, haben wir irgendwas von Forschung abgeschlossen gesagt? Nein. Ne. Haben wir wieder eingebildet. Ich bilde mir heute viel ein, stelle ich grad fest. Ach egal. Muss auch mal sein, oder? Konstruktion abgeschlossen. Oh, mach mal alles platt, was hier noch so rum steht. Vielleicht griff da noch Artefakt oder sowas? Eins, komm. Ach komm, gib mir ein Artefakt. Jaaaa. Ach so. So, es herrscht erstmal bisschen Ruhe hier. Hoffe ich. Ach komm, fahrt zu. So, kann ich eigentlich wieder runterfahren zu meiner Basis? Ja. Eins fährt jetzt wieder runter. Indem ihr so schön hochgefahren seid, fahrt ihr jetzt wieder schön runter. Und was hab ich denn für Artefakt gekriegt? Dampfturbinen-Generator! Klingt jetzt nicht so spannend. Aber, äh, es bringt wahrscheinlich trotzdem mehr Energie, auch wenn's irgendwie lächerlich klingt. Dampfturbinen, äh, pfff. Aus welchem Jahr tausendstammt? Landen die da jetzt? Pfff, wie geil ist das denn? Die landen da einfach. Gebäude wurde angegriffen. Pfff, oh. Jetzt hab ich schon gedacht, die machen überhaupt keinen Schaden mehr. von wegen. Die greifen einfach nur an das Gebäude an, als ich gedacht hab. Ja, so kann man... Na, da hinten brauchst nix mal aufzubauen, komm. Äh, was für Forschung? Wär inzwischen gewesen. Fährst du jetzt mal runter und reparierst das. Und du brauchst mal neun LKW, das wird sonst so ja nix. Äh, Video? Video? Nein. Kein neues Video. Vielleicht, wenn ich das erforscht hab? Glaub ich fast nicht. Ja, sollte ausreichend sein, oder? Zur Verteidigung. Sieht doch gut aus. Oh, da brauch ich noch ein zweites Kraftwerk irgendwo. Oh Gott. Wo pflanze ich das denn jetzt hin? Produktion abgeschlossen. Du küsst jetzt auch so drei. Und ich baue noch so ein Ding. Ich baue noch so ein Ding. Ich baue noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Tankkiller hin. Oben nochmal so zwei rein. Tankkiller. Und pfff. Die Sache hat sich erledigt. Und ich brauche noch ein Kraftwerk. Hm? Was? Achso. Okay. Geh aber schnell jetzt, du. Fährst du auch mal wieder runter und reparierst. So. Was ersetzt wir als nächstes? Okay. Mal schauen. Was habe ich denn überhaupt noch, was ich ersetzen kann? Recycling? Ersetzen wir als nächstes die Geschütze mal alle. Recycling. Waren das alle dann? Was bist du? Bunkerbuster. Nee. Da sind noch welche. Mach dann fünf. Wenn ich mir das nicht erzählt habe. Ich meine natürlich sechs. Macht sechs neuer Panzer mit Geschützen. Genau. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ach wenn nicht, ich brauche eh noch mehr. Also von daher kann es mir ja recht egal sein. Hab ich, jetztihngekommen. Ich lass mich. wannah know?